So, okay. Will ich gleich rein? Erstmal. Ding. Wow! Guten Tag, Herr Meifel. Was blockst du mich? Komm mit. Okay, wohin? Einfach mir folgen. Okay. So. So gut wie im Aachen. Ja. Er best ran. Ja? Geht's Ihnen besser? Ja, schon besser. Sieht sich gerade um. Nein, ich gucke nur, was hier so im Schrank liegt. Also. Also. Wir haben ja gestern... Die... Sie haben ja gesagt, sie wurden gestern verfolgt. Ja. Von Herrn Klauen. Weiß ich nicht. Ich bin dann abgehauen und ich weiß nicht, ob ich verfolgt wurde, aber ich kann es mir gut vorstellen. Okay. Ich habe nicht zurückgeguckt, also... Und wir gehen an diesen Ort zu. Haben Sie noch die Bilder? Ja. Gut. Jetzt senden Sie das am besten per Post. Eins von mir. Sie beide kommen mit. Haben Sie noch ein Pferd hier? Ist Ihr Pferd? Nein, das ist, ähm... Wurde von einem Kumpel zurück in den Stall gebracht. Also, okay. Und ich habe allgemein kein Pferd. Okay, kommt mit. Na, verdammt. Komm. Hier. Hat jemand irgendeine... Haben Sie eine Spitzhacke, oder? Nein. Eine Axt. Eine Axt. Ich habe auch leider nichts. Ich hätte eine Fackel. Eine Fackel, okay. Dann können Sie sich abfackeln, nehmen Sie die Spitzhacke. Wir möchten uns hier lange einfach nicht, äh... Aufhalten. Kommen Sie. Da hätten wir es irgendwo sein. Vor allem, oder? Da. Ja, hier ist es. Genau das. Was ist denn das hier? Wenn ich befürchte, was es ist, Herr Pett. Sie meinen nicht etwa. Doch. Kommen Sie. Oder seien Sie leid. Gucken wir uns hier nur um. Versuchen, nichts anzufassen. Und nichts kaputt zu machen. Das geht ja tief runter hier. Wenn es das ist, was ich denke, ist das. Dann müssen wir auch vom Klipsen ausgehen. Okay. What the... Äh... Ähm... Was ist das? Ja, genau. In so einem Käfig. Psh, 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 psh. Ui. Rei. Was ist das hier? Psh, psh, psh. Komm, 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 komm. Ich weiß nicht, allein. Ist das so ein Käsk? Ja, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ich glaube, dass ist... Da wohl ein Kerl drin, oder? Das könnte sein. Ja, komm, komm, komm. Ja, komm, 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 komm! Ja, komm, komm! Warte! Warte, jemand? Machen Sie das Kette! Machen Sie das Kette! Ja! Bleiben Sie nicht stehen als Statue! Ich glaube! Ich glaube, ich kann das echt eine Schatze nehmen wir nicht! so scharfen es ist eine katze hallo ich werde noch verrückt in den knasser bin ich ein bisschen verrückt geworden dass wir eine zielung werden später vielleicht tschüss Magischer... Das ist Sattgasse! Das ist ne Sattgasse leute! Ich muss mehr auf Play anschreiben. Wer soll hier in den Käfig reinkommen? Komm schon come hab... sind die aus so dumm Gaki was geht da? Gaki! Ist das? Wo sind deine Ohrenwohner? Gaki! Machen sie die Tür zu hinter sich So was ist das? Alter Gaki Was ist das? Was ist das für chemische Substanz? Er kommt! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Nicht nur hier Hey du kannst mal ein Ziel werden Nee Nein So sieht schön aus Ok was ist das da? Leute was ist das? Ich weiß es nicht Hier liegt ein Buch Was will damit Ist das irgendein so ein lebendiger Baum oder das muss ich aus wie ein Zauber das auf der rechten Seite Ok So Ok Ähm Äh Ja das ist jetzt auch nichts mehr Warte Du kannst entscheiden Wird zum beiden ab oder du Und hier jetzt mal auf Komm in gescheiten Heim Los Los In die Käfige Warte Bevor du gehst Entwaffnung Waffen her Waffenpistole Alles her Die alle auch Ich hab keine Wache Ich hab keine Wache Ich hab nichts dabei So ok Los Ich hab echt was für euch vorgenommen hier rein zu kommen Da hab ich jetzt Jetzt hat ihr meine Gefangenen Jetzt bin ich schon wieder hier Ja Und wir hatten sogar in dir mit dir Ja was Tut mir leid ich hab damit zu tun Wä Herr Best Schön Die konnten sie Heute dance Tunnen ok 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 Ich hab drauf drauf ok Einer von euch wird sterben Was Oder das werden sie sein Tschüss Ok Tschüss Und zwei So Willst du auch noch was Sie bleib schon hier Komm her Tag die Herren hat mal aufgewacht Warte Ja Er konnte fliehen Ja Hey Du Du Richter Penner da oben Richter Wieso 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 Ich hätte die Todesstrafe geben können Aber nein Lebenslänglich Wir haben wir besser gewesen Dann hält dann lass ich jetzt nicht mehr hier drin Und was sie angeht Und was war das mit der zeit von von der alten insel damals Ja sie ist doch der weg zu unserem freund Ja Wo ist wikingsachs Ja was hast du mit ihm gemacht Achso er Achso er Also er Erste woanders Woanders Ja sag ich dir leider nicht Er hat noch persönliche dinge zu tun Ich bin Obwohl Nein Soldat Wo ist Mr. Clown Der Clown Das sag ich euch leider nicht Wo ist sein Meister Ja Wer ist sein Meister Was haben sie vor Was ich vor habe Erstmal was mit meinte zu tun Sie haben mir in den hals geschossen Ja jetzt reicht die maske jetzt sollten wir auch leiden Sie und der richter werden sklaven sein Für euer rest euer leben Unser Meister wird euer urteil in der nächste woche klären sag ich mal Dann werden wir ja sein Meister so kennenlernen oder was Kennenlernen ihr kennt ihn doch in den steckbriefen Was ist Herr Axt Was ist Herr Axt Ihr habt es gewusst Herr Axt ist der Meister Es ist nicht Nackt du Ja Mist Nackt du Ich wollte nur den Grab zeigen und sie haben mich gefangen genommen Aber eine schlechte Idee Ganz schlechte Idee Und die wissen genau dass ich alles was von früher Das Grab von Nackt du Ja das ist irgendwo ein Wunderdorf Jetzt erklärt alles einen Sinn Jetzt hat der Mund herum Oder soll ich euch sterben lassen Ich habe gedacht wir wollen es sollten Sklaven sein Ja Was willst du Ich bin grad baller baller wegen euch Was machen wir jetzt Vielleicht holt ihr Hilfe Ja wir können nur warten Und hoffen dass sonst nichts anderes passiert außer das hier Wohl Wohl Wer zuerst Was Komm runter Sonst Komm runter jetzt Wie sie weinen So Stein Geradeaus Was mit mir Ja du kommst gleich rein Du Geh jetzt Holzfarm Mit Rose und Gaki Die werden auch nicht aufpassen Die werden auch nicht aufpassen Ja Truh Nimm an Nimm eine Axt Und Zap Legen und so ein Ding Und geh Bäumefarm Wie sie meinen Und ich schwere Gaki wird lieb sein Wenn ich einmal sieht Den Holz da auf dem Boden betreten Er wird lieb sein Wo soll ich das Holz ablagern? In Natur reinlegen Wie sie meinen Gefluss war es doch besser Und sie jetzt Herr Meinfeld Ja Sie dachte ich war tot Ich bin weit gekommen Und jetzt Bleiben sie erstmal da drin Wir werden morgen entscheiden Wenn Klon zurück ist Was mit ihm passiert Mal schau ich hatte zu was Warte Wo bist du?